So, Bram, komm, beeil dich. Bin dabei, mein Schnucki. Peter, der alte Glitch-User braucht mal jetzt einen. Das kann nicht wahr sein. Oh, Peter, jetzt hast du die Chance. Er war zu sweaty zwischen den Beinen. Peter, du hast die Chance. Wir müssen mal ganz kurz anmerken, dass wir jetzt anderthalb Stunden spielen und noch keinen einzigen Punkt verteilt haben. Und man drei Punkte haben muss für das verkackte Foto. Oh, Bram hat's gemacht. Checkpoint. Ja, der macht das aber jetzt, weil er jetzt vor die Ruhe hat. Nein, der macht das jetzt nicht. Doch, der macht das. Komm schon, verkacke jetzt. Peter, fucking gut, jetzt scheiß doch mal. Geh ins Knie. Doch, jetzt macht er das. Pass auf. Oh, shit. Jetzt beginnt sein erster Versuch. Ja. Oh, zweiter Versuch, Peter. Ich halte euch schon. Wie geil der da drauf ist. Dann mit meinen feuchten Händen den Schwanz. Ich sage es dir auch. Aber, oh, shit. Ja, hier. Dritter Versuch, dritter Versuch, dritter Versuch. Dritter und letzter Versuch, Peter. Ihr werdet das wüssten können. Fühlt mich zum Schatten. Jetzt zerschellt er, jetzt zerschellt er. Oh, shit. Oh, shit. Peter hat den ersten Punkt für heute. Oh, shit. Ja, wenigstens einer. Checkpoint. Checkpoint. Der Arme. Oh, Peter. Oh, shit. Der erste Versuch beginnt. Oh, Gott, ich will das Foto sehen. Ich will es. Ich bin so geil wie Peter auf das Loch von J. Lo. Oh, shit. Oh, oh, jetzt beginnt sein zweiter Versuch. Dritter Versuch, zweiter Versuch. Jawohl, Hanni. Komm schon. Der dritte Versuch. Das ist der dritte Versuch. Wo muss ich denn hin? Ich finde den Weg gar nicht mehr. 28 Minuten. Junge, das läuft noch. Ja, guck. Da hat er seinen zweiten Punkt. Jawohl, der zweite Punkt. Oh, Gott. Warum halt schon ein Trümpfchen in der Hose? Ja, Leute. Hey, let's go, ihr geilen Nutis. So, Bram. Ich habe schon meine Hände zittern ein bisschen. Ja, Checkpoint. Warte, bevor du springst. Ja. Okay, Checkpoint. Ja, gut. Nein. Erster Versuch. Bitches. Ja, das wäre der Oberhammer. Das wäre der Oberhammer. Ich kriege gar nicht. Ich sage mal ganz ehrlich, ich habe keinen Puls von 200. Ich sage es dir, mein Herz. Jeder, jetzt konzentrier dich. Jeden Puls lag bei mir in der Hand. Oh, shit. Jetzt kommt sein zweiter Versuch. Oh, shit. Oh, shit. Sein letzter Versuch. Oh, Gott, das wäre der Oberhammer. Nervös. Weißt du, meine Hände am Zittern sind? Weißt du, die springen gar nicht. Alter, ich sitze gerade sammert vor meinem Bildschirm. Jetzt, jetzt, jetzt verkackt er. Oh, nein. Der rutscht noch ab. Der rutscht noch ab. Der rutscht noch ab. Ja. Peter muss es tun. Peter muss es tun. Peter muss es tun. Boah, ich habe gerade so einen Tropfen in der Hose. Boah. Okay, jetzt ist es wieder langweilig. Bis zum nächsten Mal. Stop. Bye. Bis zum nächsten Mal.